halt noch in der nähe zu sein offenbar ja ich sehe da wie ein brennend man sieht auch echt nix durch das panzerglas hier mit dem wald ein bisschen ekelhaft da ist er ja gut ja ist halt echt traurig ne frühstück die heimkehre ab russen halt gar nicht so was sage aber von denen gibt es halt nur eine handvoll die nicht völlig behindert sind aber den brasilianer nicht anders nachkommen keine ahnung ich meine die einzigen russen die ich kennengelernt habe die nicht scheiße im kopf sind das sind die jungs von clips ja die bomber jungs diesen rechten ordnung aber ganz ehrlich in welchem zusammenhang hast du sonst mit russen in flight sims zu eigentlich nur wenn es zu körper zu körper was soll ich sagen ja hat seine medizin bekommen die bei tschu shooting interessiert mich halt auch so wie wings überhaupt nicht mal so hat wie thw oder halt insbesondere bei friday nights geht es halt gar nicht das ist halt einfach nur als ja ja was die leute dann hat nicht mehr spielen können nur wenn man selbst faggot ist geht halt gar nicht vor allem wenn das noch nicht mal dein kill ist ja nur da hängt einer oder den schießt tot ja ja der server lag des todes gerade auf eingeschossen dann plötzlich aus dem naja der server war jetzt ja wieder zwölf stunden dauern jetzt ist er gerade wieder da wahrscheinlich auch irgendwie das fuck ja 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 mit 109 just under the clouds hang on that's not 109 this is no moon so big for a 109 i hope you're 110 hmm well please be a 110 why generally people tend to want it to be a fresh car in that case yeah i have a very difficult relationship with pesca's just sitting in a fucker wolf could be in a baby yeah well let's be civil about it quick wave say hello and shooting down seriously i can't tell what it is seriously i can't tell what it is seriously i can't tell what it is Ja, das ist Russisch. Verdammt. Muss ich nach Ortanz kommen? Ja, wahrscheinlich. Aber er hat nicht gebrochen, also geht er für den Faktoren. In der Position? Über die große Stadt. Ich kann nicht wirklich die Maps auf dem Moment. Oh, Recep? Okay. Ja. Ja, ich bin wirklich nahe. Was ist die Altitude? Uh, check your 10 o'clock. Das ist die Peschke. Oh. Sitz. Wake off now, bevor der Gana hits you. Do you want me to finish it? Uh. Drops his bombs? Well, I'm gonna go in again. Okay. From the side. I'll peel off. Well, I mean, feel free if you want to. I'm not stopping you. I don't wanna take your kill. He's dead. Fair enough. Yep, he bailed. Nice. I'm gonna give him another burst, because I think he's still trying to bomb. Okay. So he placed a target and I got someone on me. Which target? The southern one. Still trying to do it. Fuck me. Sorry, say again. The southern factory on that. In 10... 10.04? No, 18.13. Okay, yeah, we're like... Okay, I took off his wing. No bombing for him. Yeah. Yeah. Yeah, he was a stubborn one. Yep. He was. Almost made it too, little sucker. Yeah. 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 Okay. Yeah. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, fuck, and of course I forgot to start the fucking track recording. Well, at least I got the footage. Okay. Okay. And there we are. Safe in sound, more or less. Well, considering the number of fucking airfeed...